Jo, hey Freunde, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute spielen wir Minecraft QSG. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt schon mal bei diesem Video eine positive Bewertung da lasst. Heute habe ich auch einen Gast dabei und zwar der Fruchtzwerg. Hi! Hi! So Freunde, wir befinden uns schon in einer QSG-Runde. Heute habe ich natürlich wieder was richtig cooles zum Ansprechen und zwar möchte ich mich heute einfach mal bedanken und zwar danke LogoFan123. Du hast mir nämlich Premium gekauft. Auf jeden Fall riesen Danke. Auf jeden Fall habe ich halt von einem Abonnenten Premium bekommen im Stream. Auf jeden Fall richtig nice und die beiden tötte ich auf jeden Fall oder auch nicht. Ich sollte mal ganz schnell weg. Aua, mein Penisarschloch tut weh. Was ist ein Penisarschloch? Aua! Gut, gegen das Team war es auf jeden Fall schon mal schwer. Du bist ja direkt am Anfang gestorben. Wir müssen uns vielleicht irgendwie mal suchen oder so. Also es wäre vielleicht etwas vorteilhafter. Von daher, wo bist du gerade? Wo treibst du dich rum? Ich habe jetzt richtig gute Rüstung. Okay, das klingt schon mal gut. Ich habe auch direkt wen gekillt, also ist kein Problem natürlich. Ja, ich weiß nicht, wo ich schon. Ich habe direkt einen Kampf. Aber ich rotte den gut und jetzt habe ich ihn auch. Nice, mein erster Kill in dieser Runde. Und in diesem ganzen Video auf jeden Fall nice. Hier ist noch eine Kiste, ist da irgendwas drin? Nee, leider nicht. Ja, ich sehe dich. Wenn ich den... Okay, Leute, der hat einen Goldaffel. Fuck, fuck, fuck. Warte, ich komme zu dir. Oh, 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 fuck. Ich werde sterben. Aua, Mann! Nice. So, in dieser Runde kannst du eventuell was werden. Mein Ziel ist es, wie gesagt, immer nur eine Runde Kursgill zu gewinnen. Weil das alleine schon schwer genug für mich ist. Ich hoffe, dass der Typ mir jetzt nicht irgendwie das Leben schwer macht. Hi, Fruchtzwerg. Aua! Oh, sorry, sorry. Alter. Junge, ich werde... Lauf einfach. Lass einfach laufen, Mann. Lass einfach hier weg. Wie die einfach hinter uns hergeiern. Richtig ablaut. Lass einfach den Scheiß laufen die ganze Zeit. Die haben mich weckerhaut. Nein. Jetzt haben wir uns schon wieder getrennt. Wo bist du hin? Ja, warte, ich habe ein Steinschwert gerade gefunden. Sonst, ich komme einfach zu dir. Komm mal, wo bist du? Kommst du in dieser Garage oder so? Bin... Ja, Garage. Hört sich gut an. Da hinten bist du. Ja, ja, okay. Geh hinten rein. Geh einfach hinten rein oder treffen wir uns. Geh hinten rein. Hier, hier, komm mal... Ja, hier, ich bin's. Nimm die Hose und komm zu mir. Auffass, wir kriegen Besuch. Lauf. Lauf einfach wieder. Lauf. Scheiße, was ist das für eine Runde? Okay, der andere kommt zu mir. Ja, ja, helf mir mal, helf mir mal, bitte. Alter, ich lau einfach weg. Ja, komm über diesen Mittelweg oder so. Mittelweg. Komm, Mittelweg. Bitte, schnell. Warte. Ja, warte. Warte. Ja, was wollen wir machen? Weiß nicht. Dein, der eine hat... Komm, attackieren. Okay. Geh weg. Hab den einen. Aua, ich sterbe, ich sterbe. Ich muss weg, ich muss weg. Ja, ich auch. Jetzt, jetzt. Der eine ist verstauen. Oh fuck. Lass mal hier weg, Alter. Lass mal absolut hier weg. Nein, du schaffst ihn nicht. Du schaffst ihn nicht. Also, kannst du mir Essen geben kurz? Kannst du mir bitte Essen geben? Äh, nee, ich komm gar nicht. Auf jeden Fall haben wir heute auch noch was Kleines zum Ansprechen. Und zwar kommen wir hier gerade frisch aus dem Rockleague-Turnier, was heute stattgefunden hat, was der liebe Enyad veranstaltet hat. Und ich kriege hier wieder Besuch. Du musst mir eventuell helfen. Und wir erzählen einfach mal ganz kurz, wie war es für dich? Wie war es für dich? Du warst ja ein bisschen länger drin als ich. Aufpassen, dass du noch jemand mit dir, Hanisch. Musst du aufpassen ganz kurz. Eventuell, dass du da wegkommst. Nicht, dass du jetzt irgendwie drauf gehst oder so. Das wäre echt belastend. Weil wir ja schon weit gekommen sind in dieser Runde. Und die eventuell auch gewinnen können. Bist du hinter mir? Nee, das ist ein anderer Typ. Aber wie war es für dich? Sag mal deine Meinung zu dem ganzen Turnier. Also ich muss sagen, ich fand es richtig geil. Also ich muss mich erst mal bedanken, dass ich überhaupt reingekommen bin. Also Dankeschön. Ja, wir sind ja ins Zeitfinale gekommen, mein Team. Also Max und ich. Wir hießen ja Maximaler Genuss. Eigentlich richtig geiler Name. Und da bist du schon wieder. Ja, ich fand es richtig cool an sich. Wir haben leider dann verloren. War ein bisschen schade. Ich fand es auch interessant zu sehen, was die alle Teams für Taktiken benutzten. Also das war schon spannend. Also vor allem waren ja dann unsere Gegner sehr defensiv. Warte, ich komme. Ich helfe dir. Ja, sehr nice. Helfen wir mal einfach. Oh, wir müssen mal weg. Oh ja. Ja, ja, ja. Wir müssen mal aufpassen. Lass mich. Ja, wie gesagt, die Gegner waren halt im Fall nicht. Ich habe eigentlich gekinnt. Nein, nice. Ach mal krass. Okay, dann hole ich mir den Staff ganz kurz. Wenn er hier liegt, aber es tut er nicht. Oder? Doch, 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 das ist er vorne. Nice. Und du erzählst einfach weiter. Ja, also wir hatten dann ja im Halbfinale dann ein sehr defensives Team. Fand ich an sich sehr, sehr schade. Oder ja, es war auf jeden Fall taktisch klug, sagen wir es mal so. Weil wir haben ja dann 3-1 leider verloren. Es war wie gesagt interessant. Ich hätte allerdings gedacht, dass ein bisschen bessere Leute auch mitspielen. Das war dann nicht so der Fall. Wir waren ja, wir sind glaube ich jetzt unter den Top 4 gekommen. Ja, keine Ahnung. Ich fand es aber an sich ganz cool. Eine gute Aktion. Ich glaube jetzt am Montag gibt es ja wieder eins. Dann gibt es wieder Anmeldungen. Genau, so ist es richtig. Versuche ich auf jeden Fall auch wieder dabei zu sein, wenn ich vielleicht wieder reinkomme. Und Deathmatch. Okay, nice. So, jetzt sind wir auch schon im Deathmatch angekommen. Ich hoffe einfach, dass wir einfach nur zu zweit die Runde gewinnen. Das ist halt wichtig, dass wir am Ende überleben. Das bedeutet eigentlich nur, dass wir den Typen jetzt kriegen müssen. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Meiner Meinung nach war das für mich auch echt geil. Obwohl ich halt leider mit Enyad ein bisschen früher ausgeschieden bin. Ja, der killt mich auch, Alter. Der ist so heftig am Ballspam. Wir sind ja leider schon nach dem zweiten Match schon ausgeschieden. Wir haben das erste Spiel unentschieden gespielt. Und das zweite Spiel haben wir leider 0 zu 9 verloren. Ab 5 zu 0 oder so haben wir nicht mal richtig gespielt. Weil dann einfach die komplette Motivation weg ist. Aber ich glaube, das kann man dann auch verstehen. Oh, jetzt komme ich mit dem in einen schönen Fight. Aber ich drücke hier noch einen Bogenpfeil rein. Einen Bogenpfeil drücke ich hier rein. Ich treffe ihn aber auch gar nicht gerade. Ja, ich auch nicht. Aber er trifft mich halt immer. Warte, ich kenne ihn. Obwohl er passiert. Ja. Er holt mich aber gleich, ne? Warte, warte. Aua. Warte, warte. Warte, schön. Eigentlich, aber ich hätte jetzt auch Verwogen. Er verfeilekt, Verwogen. Alles klar. Okay, okay. Guck das auch. Der kommt von uns. Das ist gut für ihn eigentlich. Und ich habe ihn. Okay, damit haben wir die Runde eigentlich normalerweise auch gewonnen. Was auf jeden Fall nice ist. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle nochmal ein kurzes One-on-One. Wenn du Bock hast. Ich habe aber das Ober-Equip, aber ich habe ja einen kleinen Nachteil, da ich mit Shader und allem spiele. Und das ist alles, weil mir ein bisschen krasser laggt. Von daher würde ich sagen, geht das eigentlich klar. Du kannst von mir aber noch Schuhe bekommen. Komm mal her. Hier kriegst du noch ein paar Schuhe. Achso, okay. Hast du? Nice. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go. Komm. Jetzt kämpfen wir. Okay. Das können wir schaffen. Junge, du hast... Alter. Junge. Das werde ich nicht schaffen. Nein, ein Herz. Ey, krasses Ding. Leute, schaut beim Fruchtzwerg vorbei. Der macht richtig coole Videos, mit denen habe ich ja letztens schon aufgenommen. Von daher würde ich sagen, ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Haut da rein. Danke an Logo-Fan für Premium. Ich bin raus und ciao.